Ha ha ha! Na hey, habt ihr mal die Sicht zum Stadion frei gemacht? Was hast du? Ne, hier. Unseren Kast. Mit Berti Dead. Guck mal hier, ich zeig dir mal noch was, Maxi. Hm? Zack. Geh ich mal... ...einfach... ...sagen wir mal, bis hier. Äh, zack. Echt? Was hast du das gemacht denn? Die Blöcke haben ID. Okay. Und... ...das musst du dann nur eingeben. Dann... ...und das 12, ja dann mach ich Z 12 oder was. Okay. Hast du too many items? Nope. Okay. Weil da stehen die IDs drinne. Achso, okay. ...faktisch. Es sollte nicht funktionieren. Warum? 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 Du blöd bist. Du musst sie erst markieren. Nein, nein, ich mach. Welche ID hast du eingeben für welchen Block? Sand, 12. Ich mach doch das letzte echt, Z 12. Hm. Ja, aber die letzte Seite dazwischen, ne? Ah, ich glaub ich weiß, wo der Fehler lag. Ah, okay. Ja. Wo denn? Da dran, ich hab den Boden angeklickt und markiert. Ich sollte da auch die Höhe markieren, richtig. Würde ich auch raten. Oder was zeigt ihr beide das? Ja. Das tut es, dass die Stelle markiert bleibt. Ja. Ja. Das stimmt. Ja, Benni kommt wahrscheinlich nicht mehr im Video. Ich bin schon da. Achso, du bist schon da. Halt, nur zugehört mal wieder. Hier mal. Ja, wovon ihr habt gesagt, dass ich dann wieder da bin. Das hat halt keiner mitgekriegt. Ich zumindest nicht. Oder habt ihr das mitbekommen? Ja. Ja, das hat wirklich nicht mehr gekriegt. Ja. 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 Das Spiel, machst du hier auch schon mit? Ja, ein bisschen ist gut. Mal hier und da ein bisschen ausbauen. Also ich bin fertig, ich hör jetzt auf damit um zu spielen. Nein, ich mach nur die Ebene hier. Schon mal fertig. Fertissimo. Mein Spielmodus wurde geändert. Nein! Let's go. Nein! Nein! ein bisschen müsste im keller sein ja gut das muss ja hier nur so ein wartungsraum sein ich hab hier jetzt einfach den einpisten der die ganze zeit nicht funktioniert hat rausgenommen und hier eine treppe hin getan ist ja im grunde würden dann auch getan ja aber so sollte es ja eigentlich nicht aussehen dann ja dann weiß ich dann mach hier das so hin und dann muss man immer springen müsste man ja so oder so aber dann wäre hier eben stein frei dann kannst du ja trotzdem das springen das ist das springen einfach ein block vorher ja das ist gut und wenn ihr bauter sein haus weiter danke schön und ich bringe es dort jemals die sachen wieder rein so jetzt brauche ich noch ein bisschen gestreiten dafür haben wir noch keine kiste nehmen wir erstmal da hinten wo nichts beschriftet ist ok wenn du die treppe runterkommt auf der rechten seite ist das dann was machst du riechen und gängig du musst aufpassen wenn du das rumspielst riechen und gängig slash slash undo undo a n also nein nein ach du scheiße was hast du da dir gemacht u n d u warte mal t slash ne nur slash glaub ich ein slash ja u n d u nein u n d u ach u n d u ich glaub Marcy hattest nur mit englisch oder ja 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 also nicht getan auf deutsch sozusagen der macht slash slash also u n d u tada christian u n d o jetzt eigentlich irgendwie dass man äh glowstones hier die du als Laternen bei dem Springbrunnen hast das ist mir so ja ja ey die stirbt grad so ja 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 konnt ich denn sehen ich hab dich da grade rausgeholt bitte Benni mal mag ich nicht darf ich dir jetzt fragen hm bitte f normal du hast ja die closeds saterina um den Springbrunnen herum weißt du ja kann man dich nicht auch gegen diese anderen lichter austauschen die du an- und ausschalten kannst Ja, nein, ja, du kannst keine Leitung hoch verlegen. Was kann ich denn dafür, dass du da einfach einen Weg umhörst? Ich hab's ja schon probiert gehabt, aber das geht ja nicht. Wo denn? Bei dem Springbrunnen da hinten. An den Laternen dran. Ja. Und warum machst du hier über den ganzen Sand jetzt weg? Bist du blöd? Wo denn? Nur du machst hier. Hier vorne alles weg. Du musst nen Weg lang. Wie oft noch? Oh ja. Junge. Einmal. Aber er hat das eben so gemacht, dass der von unserem Teamhaushaus weg war. Der ganze Boden von dem Gasthaus weg war. Bisschen von Bennys Haus weg war. Äh? Oh. Ja. So weit? Ich hab doch nur so ein Teamhaus als eben markiert. Ja, so weit. Aber so weit geht er dann auch. Wenn du nicht aufpasst, dann geht das nicht weg. Ja, aber ich nur gucken wollte, was er macht. Äh, wo er rum gemeckert hat. Ja, der nicht. Du darfst die Achsen nicht hineinfragen. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt will ich es. Du kannst zum Beispiel, wenn man nicht ein Megaprojekt hat, das so schnell fertig damit kriegen. Wer bettelt sich? Wer bettelt sich? Ich hab mir jetzt auch einen Schritt. Na gestorben? Du bist gestorben, Marsi. Doch. Nein, ich lebe noch. Nein. Warum sind hier bei meinem Haus immer die Türen weg? Du bist durchbauen. Na, warum lebe ich? Ne, ich lebe doch. Und die Pistons sind weg. Äh. Was? Hat er nicht alles zurückgemacht, eh? Oh, ich... Äh. Ich hab nichts gemacht. Ich kann die Pistons anvisieren, aber sie sind nicht da. Äh, was? Abbauen kann ich sie auch nicht. Hier ist nur ne Hitbox mitten in der Luft. Hm? Hier, fahren wir hier rüber, hier sind Hitboxen. Ja, hier ist ja auch irgendwas. Hm. Aber du kannst das nicht abbauen, das ist irgendwie komisch. Irgendwie ja. Äh. Äh. Oh, du dämliches Suchen, komm her. Darf ich mir die cheaten? Nein. Warum? Wir haben jetzt genug geschüttet gerade. Was ist denn hier los, ey? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab hier... Ich hab hier in dem Zuckerrohr... In dem Zuckerrohrfeld zwei Kraten, Alter. Was ist das denn? Wie kommen die denn hier? Kraten? Ja. Das passiert manchmal. Ja, die sind hier auf dem Zuckerrohrfeld gerade. Ja. Und meine Türen sind auch, ey. Ja, das war ich auch nicht. Gib mir jetzt nicht die Schuld. Nö. Du warst eigentlich... Ja, aber das kann sein wegen dem Boden. Wenn du den Boden weggemacht hast, dann... Was ist das denn? Weil es wird ja die Türen dadurch... ...weck gegangenst du. Weißt du? Meinst du? Hm. Me nicht. War doch hier ganz ruhig. Es tut mir leid. Keine Absicht. Okay. Hm. Keine Absicht. Ne, warst nicht. Ich wollte nur den Boden wegmachen. Ja, hast du ja auch gemacht. Hehehe. Ah, siehste. Aber wie, ne? Es war ein Unfall. Es war ein Unfall. Ja, ja. Kann ich auch veraufnehmen jetzt. Das sagen sie auch nicht. Hm? Hm, das sagen immer alle. Weißt du? Oh, das ist schon Standard. Ah, das ist echt ein Standard-Spruch. Besonders bei Marcy. Nimm's nicht übel. Ah. Mein Bruder weiß, wie er alt ist. Ja. Einmal alles abreißen, was ich baue. Ja, ne. Die sollten größer werden die Stelle. Trotzdem sind nur zwei, drei Tiere drin. Ja, wart doch erstmal. Ich muss sie ja auch erstmal noch umsiedeln. Oh, so umsiedeln. Guck mal, eine Kuh mit Riesengehege. Schweine Schweine. Unglaublich. Mit zwei Schafen. Was? Unglaublich. Ja, da war eigentlich noch ne Kuh drin. Na, siehste? Hast du nur eine Kuh. Hehehe. Ah, ich weiß wo die Kuh ist. Mit zwei Schafen. Du hast dir nicht zugemacht. Die hängen ja alle im Loch fest. Und ich hoch. Hehehe. Ja, ich hol sie schon raus. Habt ihr noch Holztüren? Also. Holztüren? Craftet ihr doch welche. Müssten alle im Keller sein, wirklich. Dann craftet ihr doch einfach. Ich hab noch Erde groß. Warst du? Ja. Was sind das für ein gefuckter Buck hier mit diesen Kragen, ey? Ich komm nicht mehr an die ran, dann muss ich erst die... Blub, blub, blub. Ja, lass die Tür. Wieso soll ich auflassen? Achso. Ich glaub sie. Ja. Rüber. Ja, ich komm hier rückwärts gar nicht raus, weil die mich ganz nicht schocken. Was willst du jetzt rauslocken? Die Kühe oder die Schafe? Ey, ich kann die Pissens nicht mehr platzieren. Die ich mir jetzt neu gekreiftet habe. Ey, die Kühe hab ich gesagt. Ich bin unschuldig. Ey, ich hab nichts gemacht. Wollte, der da drum gespielt? Hab ich gar nicht. Ich hab nicht rumgespielt. Naja, ist egal, wenn zwei... Halbe Stunde. Ein scharfer Abhauen. Mach den ja auch noch. Ja, dazu kann ich ihn einfach machen. Ja. Ey, wie spawnen denn hier die ganzen Kragen, ey? Ich weiß das nicht. Die spawnen immer irgendwo. Naja, scheiß drauf. Kann ich mal versuchen, die Hitboxen mit, äh, im Creative Mode wegzumachen? Vielleicht geht das. Ja, darfst du. Hey, du Kuh. Wie hörst du? Ach, da hinten. Da. Mu 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 mu. Weil das ist ja auch egal, wenn wir nur Türen drin haben. Weil... Ich will ja nur... Es reicht ja, wenn die Tiere dann drin sind. Patrick. Nicht so wie mit deiner Idee das eine Mal da. Meins mit den... Zauntüren. Ja. Ich will ja nur, dass die einmal drin sind. Da müssen die immer nachgezüchtet werden. Zwei Stück. Auf jeden Fall. Ich dachte, du wolltest noch ein paar reinjagen. Nein. Es reicht ja, wenn da zwei Stück drin sind. Ja, mir ging es ja darum, dass man die halt reinlocken kann. Weißt du, wenn man keine mehr da sind. Mhm. Aber... Seit neuestem sind ja wieder alle da. Im neuesten stand der richtig. Ja, wir hatten sonst immer, dass die immer weg waren mit einem. Was? Die ganzen Tiere. Ja, ich...